Willkommen auf Suka Kanal. Viele sagen furzt nicht, du brauchst Pistole, du brauchst Granate, du brauchst Panzer. Du musst sein wie Beton. Guckst du, brauchst du nur Spitzsäcke und kaputt rein. Was machst du, Bot? Wo willst du hin? Mach die Tür zu. Sehr gut. Schön kaputt hacken. Ehre genommen. So kriegst du Waffe in Furzneid. Guckst du Link in Beschreibung. Blöd.